Willkommen zurück, meine Lieblings-Vollomons, zur Pokémon-Bloodgrain-Ready-Visor-Naslog-Challenge und wir haben zum einen Trainer vor uns, natürlich, und gleichzeitig haben wir auch eine Möglichkeit, ein weiteres Pokémon zu fangen. Jetzt gleich, vorher ist der Teenager-Tier mit seinem Nidoran-Weiblich- Yeah. Ich muss euch immü- Ich muss euch ein Geständnis machen. Ich muss euch ein Geständnis machen, das wird euch eventuell schockieren, aber ich komme ab und zu mit dem weiblich-männlich-Zeichen durcheinander, ja. Ja, tatsächlich ist es so, weil ich einfach mir darüber nie so wirklich Gedanken gemacht habe und die neuerdings jetzt hier in den Pokémännchen-Spielen, da kommt es dann vor, dass man es doch mal braucht und dann ist man manchmal verwirrt. Ja, das ist die traurige Wahrheit, das ist die traurige Wahrheit, was soll ich machen? Komm, dafür gelatschen wir auf jeden Fall nicht ins Pokémon-Center, das wäre ja absoluter Wahnsinn, wenn wir das tun würden. Hoffen wir lieber darauf, dass wir jetzt ein richtig, richtig cooles Pokémon finden, mit dem wir jede Menge Abenteuer und Spaß haben können. Komm, 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 ein Enton! Ein Enton! Naja. Ich weiß auch nicht, wie ich den überhaupt, ne, was soll ich gegen den machen, wenn ich jetzt den mit Zeckel einschlage? Er stirbt nicht. Ist also nicht wie das Dickner und dem Ruckzuck-Hieb, was mir immer noch ein Rätsel ist, tatsächlich, aus dem letzten Part. Wer es jemals gesehen hat, da ist es mir immer noch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Und hoffen wir einfach mal, dass das Enton im Pokéball bleibt, weil die Chance besteht durchaus, würde ich sagen. Und da haben wir es! Mann! Geil, ey! Läuft doch, läuft doch, läuft doch, läuft doch. Enton! Ähm, dieses Pokémon lohnt Gegner mit hypnotisierendem Blick ein, bevor er es zu Kraft einsetzt. Das ist ziemlich gefährlich. Ein Entoron wäre auch gar nicht so schlecht, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Und, äh, den nennen wir, den nennen wir Alfred, weil, ihr kennt ja alle bestimmt Alfred Jodokus Quack. Natürlich kennt ihr Alfred Jodokus Quack. Ihr seid ja keine Idioten, oder? Natürlich kennt ihr ihn. Wir nicht. Das ist, das ist meine Kindheit. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie! Ihr kennt's, ne? Klar. Okay. Ab zum nächsten Pokémon-Trainer, der hier so ein richtiger, äh, ein Glücksspieler ist das! Mit dem Rizeros. Rizeros ist nicht schlecht. Rizeros ist nicht schlecht. Jetzt haben wir auch schon wieder, jetzt haben wir halt auch schon wieder ein Wasser-Pokémon abgegriffen, ne? Ah, ja, und, und Psycho ein bisschen. Psycho ist da ja auch mit bei, natürlich, aber, ha, so insgesamt, so insgesamt bin ich da noch nicht sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Also, nee, wirklich nicht! Nido King! Ähm, können wir ja mal Sandy machen lassen, aus Spaß an der Freude. Hätte auch, hätte auch Draco machen können. Ne, egal. Ne, ich bin jetzt echt, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, wir brauchen mal andere Pokémon! Was ist das denn hier? Immer nur, immer nur so, so eine gewisse Art von Pokémon, die wir immer und immer wieder fangen? Aber, ihr, Flug-Pokémon mal! Wie wär's denn mal mit dem Flug-Pokémon? Gibt es nicht! Oder hab ich einen Raubi auf der Bank, dass ich so eine Smetboom machen kann? War da nicht mal was? Ja, natürlich! Heißt das nicht Wunder? Oder so, wegen Wunderschön? Glaube fast, ja! Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann war das so, aber ich, ich, man kann sich auch immer ganz schnell täuschen. Oder ein Lavados! Gibt mir doch mal ein Lavados! Ein Feuer-Pokémon! Ein Feuer-Pokémon! Das wäre durchaus mal angebracht. So, wir wollen nach vorne setzen. Hm, Draco! Und wir möchten ganz gerne! Natürlich, das Gegendift-Usen! Ist ja ganz klar! Die steht ja außer Frage! Sandy! Alles ist gut! Alles ist gut! Ich hab das hier unter Kontrolle! Ich hab das hier unter Kontrolle! Auch wenn ich gerade nicht weiß, ob ich in die richtige Richtung laufe! Nämlich für Hochspannung in Nacht! Oh, wieder ein Elektronik-Fachmann! Wie nennen sie sich? Elektro-Installateure! Ah! Wisst ihr, oh, ein Tauboss! Wisst ihr, wovor ich ein bisschen Angst habe? Das hier mal im Haus, so, ne, also, würde mich ja nicht wirklich betreffen. Ich wohne ja zur Miete, von daher ist es ja egal, da würde ja, würde ja der Vermieter bezahlen. Aber wenn mal hier irgendwie, keine Ahnung, die Kabel kaputt gehen, können die Kabel kaputt gehen? Ich bin mir da gerade... Ich... Boah, was nimmt... Na, nehmen wir noch mal Drachenwut lieber. Ähm, ich bin mir da gerade ein bisschen unschlüssig, ob das, ob das so sein kann. Kann das passieren? Oder generell, wenn man das Klo verstopft hier, oder... Nicht auszudenken wäre natürlich auch die Tatsache, was wäre denn, wenn... Was wäre denn, wenn einmal das Internet hier ausfällt? Kennt ihr das Problem? Ich meine, man hört das ja immer wieder, dass das dann in Orten, also in so ein ganzer Ort dann irgendwie zwei Wochen oder länger, ohne Internet dasteht, auch mal einen Monat und länger. Ich möchte mir das ehrlich gesagt nicht ausmalen. Dann bin ich nämlich... Was mache ich denn dann? Haben mich gearscht, ne? Aber ich glaube, in der Regel passiert das nicht. Und ich glaube, wenn, wenn man an so einem Ort lebt, wo das passiert, dann hätte man das auch schon mal erlebt, oder? Regentanz. Ich glaube, das macht nur irgendwie, ähm, Wasserattacken stärker, oder? Erhöht Stärke von Wasserattacken, fünf Runden lang. Hm. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich glaube, ja, es ist halt so ein Ding, du musst es erst mal einsetzen, dann muss es erst mal... Dann muss es erst mal wirken. In der Zeit kann der Gegner schon wieder angreifen, und ach. Und ich kann mich auch nicht darauf verlassen, dass jetzt jemand hier nur Feuer hätte, oder so. Wenn wir jetzt noch so einer Feuerarena entgegenstehen würden, dann... Dann würde ich sagen, ja, kann man machen. Aber da sowas ja eigentlich nicht passieren kann, dass die Leute nur Feuer haben, oder so. Hm. Nee. Ich weiß nicht, ihr... Ihr krassen Competitive-Leute. Wie macht ihr das denn? Nutzt ihr Regentanz? Wäre das eine Attacke für euch? Oder eher nicht so? Ich sage jetzt einfach mal, ihr nutzt das. Hallo, ey, Junge! Junge Mann, zu dir kommen wir gleich. Wettkämpfe. Ich kann ihnen nicht widerstehen. Das kann ich... Wettkämpfe. Gutes Stichwort. Wettkämpfe mag ich auch. Eventuell wisst ihr es. Ich spiele gerne Mario 64 Competitive. Ähm. Ja, spiele ich sehr gerne, und... Ich würde fast sagen, ich muss da... Ich muss in der Mario 64 Competitive Szene bald wieder ein bisschen besser werden. Ich meine, ich gehöre da schon zu den besseren Leuten. Also, so in unserer Competitive Szene. Aber so insgesamt ist da halt auch Aenor Luft nach oben. Naja. Oder in Diddy Kong Racing. Wo ich eigentlich immer der Meinung war, da bin ich krass gut. Aber da gibt's Leute, die sind echt auch... Also, da nehme ich ja den falschen Char tatsächlich. Da müsste ich mir einen anderen Char angewöhnen, was ich ja nicht möchte. Und... Ah, alles... Alles ganz schrecklich mit dieser Competitive Szene. Fangt damit nicht an, Kinders. Fangt nicht an mit diesem krassen Wettkämpfen. Die machen euch irgendwann kaputt. Ah, ihr könnt da nichts anderes mehr denken. Als an, wie kann ich schneller werden in Mario 64. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich! Ich finde, ich vertreibe gerade ein bisschen. Ist okay. Ist okay. Nimm mich nicht zu ernst. Ähm... Besiegt London. Okay. Immerhin hatte ich eine Chance. Wenn du das so sagst, also... Ich hätte so nicht unterschreiben, ne? Aber... Ist ja okay, wenn du meinst. So, Kumpel. Kumpadre! Kumpadre! Mein Pokémon... Meine Pokémon... Die sind breit, ne? Pass mal auf jetzt, ihr Freundchen. Jetzt ziehen wir hier nämlich mal ein bisschen die anderen Seiten auf. Ich schnauze voll von dir. Uh, tatsächlich. Das Nobilikat ist gefährlich. Aber alles nur Level 18. Alles nur Level 18. Mir hält sich... Mir hält sich krass drüber. Aber... Ja... Ich sehe jetzt nicht die Gefahr. Ich sehe jetzt leider Gottes... Soll ich echt jetzt leider Gottes dazu sagen? Leider Gottes nicht die Gefahr? Ich meine... Ich will echt jetzt nicht... Ich will auch kein Pokémon verlieren. Ich meine, wir haben noch die Top 4 und so vor uns. Das wird noch... Das wird noch richtig krass. Nebulak. Da wechsle ich wieder auf Plupsi. Auch wenn er schon Level 27 ist. Das ist mir in diesem Fall völlig egal. Wobei Nebulak ist ja eigentlich... Ja, Nebulak ist ja ein Schwächling. Ist ja die erste Form. Ist witzlos. Ich habe eine Aquaknarre an Latz. Und dann ist egal. Plupsi könnte da auch mal langsam was Neues lernen. Wollte ich mal so sagen. Ah, blockierst du die Aquaknarre um 5? 5 reduziert, Mensch. Kollege. Vorsichtig damit. Vorsichtig. So. Kommt da noch einer? Nein. Teenager Forest. Ich kann besonders schnell rennen. Wer von Forest Gump stammt. Witzig. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Und hast jetzt voll die hohen Level. Wie hast du das gemacht, Freundchen? Das wollte ich wissen. Schon zwei Pokémon auf... Einer Aerodactyl. Ich fange gerade erst an mit den Pokémännchen. Das ist mir klar, Kumpel. Das ist mir klar. Ne, jetzt müssen wir auch Blupsi wieder nehmen. Hilft ja nichts. Oh, nicht, dass du jetzt zurückschreckst, Blupsi. Nein. Aber das geht ja nur, wenn ich als Zweites dran bin. Habe ich ja gelernt, ne? Ich lerne ja, ich lerne ja, ich lerne ja. Ich bin ja immer noch voll dabei. Oh, Initiative. Scheiße. Jetzt könnte ich zum Beispiel zurückschrecken. Tue ich aber nicht. Da Blupsi so ein krasser Kerl. Das ist ein erfahrener Kämpfer. Ist einfach auch ein erfahrener Kämpfer. Ähm. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was wollte er reinchecken? Was? Was hast du gesagt? Giflor. Hm. Der hätte bald eventuell wechseln sollen. Ähm. Ja. Giflor ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Da habe ich eigentlich nichts für. Da habe ich eigentlich nichts so richtig für. Da hätte ich halt gerne ein Feuer-Pokémon. Einfach so ein fucking Blurak. Oder ein Lavados. Mensch. Irgendwie sowas in die Richtung. Das wäre schön. Aber das ist mir ja noch nicht vergönnt. Ich habe auch noch nie... Oh, und wenn ich einen Glumanda sehen würde oder so. Da würde ich mich auch drüber freuen. Ich glaube, einen Glumanda, das würde ich sofort... Das würde ich ja auch sofort auf das entsprechende Level hochzüchten. Ja, ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt... Ah, der Wolli, wie trainiert der denn? Wie würde der denn die Pokémon denn trainieren, wenn es so weit wäre? Der würde doch bestimmt cheaten. Tja. Tatsache ist... Ich habe es versucht. Mit diesem Sonderbonbon-Cheat. Aber... Ich bin gescheitert. Keine Ahnung. Da sind keine Sonderbonbons erschienen. Somit, ähm... Ja. Könnt ihr euch gewiss sein, dass ich das nicht nutzen kann? Und, äh... Ich muss die Pokémon also per Hand hoch trainieren. So, wie es euch am besten gefällt. Wenn derjenige kotzt, der das machen muss. Vorsicht! Ich verlinke gerade Kabel. Mensch. Nur am Knechten, die Typen. Nur am Knechten. Und weil er jetzt so sauer auf mich ist, zieht er jetzt hier mit seinem Nidorino los und will mir aufs Maul hauen, oder was? Ist das dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ist das jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, was ich hier tue? Ein bisschen. Schnabel. Alter, entspannt... Okay. Das macht einfach gar nichts. Ich dachte jetzt gerade will ich kurz. Ey. Rumpel. Wollo. Äh, was tust du da? Vielleicht wechselst du mal das Pokémännchen aus. Hallo? Level 26. Sehr, sehr gut. Boah. Und so viele Pokedollar. Ich weiß gar nicht, wollen wir den ganzen Pokedollern. Ähm. Das wollte ich nicht, sondern... Ähm. 26, 26, 26, 26, alle 26. Äh, ja. Dann bringen wir Draco als erstes auf Level 27. Gönnen uns hier auch mal so ein bisschen die Supertränke, weil es sich halt anbietet. Okay, komm, dann machen wir auch mal. Ja, aber Blupsi können wir auch nochmal voll machen. Okay. Ich meine, wir kriegen hier fast in jedem Kampf fast 1000 Pokedollar. Also, wenn wir da nicht lockerflockig machen können, dann, dann weiß ich es auch nicht. In meiner Klasse bin ich der Beste. Alles Noobs in deiner Klasse, oder was? Alles Anfänger, Amateure. Jetzt hast du hier einen wahren Kämpfer vor dir. Wen hast du denn da? Seepa, 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 Seepa. Wir wechseln. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir wollen. Blümchen. Seepa wird wieder nichts geben. Ach, Mann, ey. Es dauert alles so... Es dauert jetzt nämlich so der Modus, wo es echt lang dauert. Jetzt dauert es nämlich mit jedem Level. Es dauert lang. Jetzt hätte ich normalerweise, wenn ich noch ein Kili wäre, ne, und mein Pokémon-Spiel so gespielt hätte, mein Chigi am Anfang genommen hätte und es dann hochgezüchtet hätte, hätte ich jetzt mittlerweile schon einen Turtok. Und das würde jetzt, das würde jetzt einfach, dieses Turtok würde jetzt einfach gegen alles kämpfen müssen, hätte dann 20, 30 Level mehr als die anderen und die Sache wäre geritzt. Ist halt so, ne? So sieht es nämlich aus. So, tschüss, Yukon. Spannender finde ich es tatsächlich jetzt auch so, wie wir es... Ey, guck mal, der hat echt nur Wasser. Ähm, spannender finde ich es tatsächlich auch so, wie wir es jetzt machen. Also dieses System mit, ne, jedes Pokémon wird entsprechend trainiert und dann muss man wechseln und dann hat man eventuell mal ein Problem, weil man nicht das passende Pokémon dabei hat und muss improvisieren. Und das ist schon alles ziemlich cool. An sich, ich muss zugeben, wenn man die Pokémon entsprechend kennt, ist Pokémon gar nicht so schlecht. Pokémon ist gar nicht... Ich gebe es jetzt zu. So, ich sage es jetzt, Pokémon ist nicht so schlecht. So, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Ihr habt gewonnen, liebe Pokémon-Fans. Und ich würde es jetzt niemals so in den Himmel hypen, wie einige andere das tun. So, ne, nach dem Motto, boah, da kommt ein neues Pokémon-Spiel. Ich raste jetzt völlig aus. Das nicht. Aber ich kann mittlerweile eine gewisse Begeisterung verstehen. Ist okay. Ich verstehe es jetzt langsam. Und ich bin auch momentan so auf dem Trip. Ich würde sogar sagen, hey, man könnte sich überlegen, ähm, auch noch Pokémon Gold zu spielen und so. Also, schon. Schon. Das wäre dann auch in... Also, wieder als Randomizer-Naslog-Zaftos. Wir bleiben mal hier. Einfach, weil wir es können. Ähm, ja, dass ich mir das überlege, ob ich das vielleicht mache. Und dann da dann halt... Erstmal die neuen Pokémon dann halt so ein bisschen erlernen muss, ne. Das ist dann... Fällt auch ganz interessant. Also, das ist natürlich noch in weiter Zukunft. Wir haben jetzt gerade mal den dritten Orden bekommen. Aber, ja, so insgesamt... So, insgesamt ist das... Ist das halt so eine Idee von mir. Wo ich mir... Wo ich drüber nachdenke. Und... Tja, wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr dazu ja was sagen. Wenn euch das egal ist, dann könnt ihr die Fresse halten. Mir ist das doch auch egal. Im Endeffekt... Oh, paralysiert. Aber es macht... Er macht es. Ich glaub das nicht. So, die Drachenboot ist aufgebraucht. Ich muss ins Pokémon Center. Es hilft alles nichts. Ob ich will... Oder nicht. Das hab ich kommen sehen. Gut. Schön für dich. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind wieder hier hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendeinen Arena-Leiter, wollte ich grad schon sagen, irgendeinen Trainer ausgelassen habe. Glaube aber eigentlich nicht. Den hatten wir... Dich hatten wir nicht, oder? Ne. Haha, bisher hab ich noch nie verloren. Es gibt immer ein erstes Mal. Für alles. Auch wenn ihr euch das selber nicht vorstellen könnt, Freunde. Irgendwann ist es soweit. Das erste Mal. Wird geschehen. Ja, vertraut mir. Glaubt einfach dran. Dann passiert das schon. Dann passiert das schon. Ähm, Birni oder Blümchen? Birni oder Blümchen? Birni hat halt nur Rankenhieb. Wobei, ja, Rankenhieb ist... Ja... Von daher müssten wir eigentlich Birni auch noch öfter benutzen, weil der muss ja mal... Der braucht halt mal Rasierblatt oder so. Und... Es gibt ja Pokémon, die entwickeln sich nur durch Tausch. Eine Frage hätte ich tatsächlich an euch. Besitze ich so ein Pokémon gerade? Ich bin mir da nämlich unsicher. Magnetilo. Hm. Ich glaube, da sollte ich Sandy einsetzen. Ja. Ich glaube schon. Das könntet ihr mir gerne mal sagen, ob ich so eins momentan besitze, weil ich bin mir bei Quapuzzi nicht sicher. Ich bin mir bei... Äh... Ja, ich bin mir bei Birni, Blubsi... Und... Bin ich mir bei noch jemandem aktuell nicht sicher? Ich glaube, nur Birni und Blubsi sind davon betroffen. Wenn ich mir jetzt nicht gerade komplett... Ah, ja, genau. Und natürlich Draco. Draco, da bin ich mir auch nicht sicher, ob er davon betroffen ist. Das würde mich auch mal interessieren, weil das könnte durchaus sein. Habt ihr sowas? Ich hab's im Urin. Ich spüre es ein wenig. Dass die sich alle nur auf Tausch entwickeln. Oder auf irgendwelche Steine. Und das wäre... Steine wären nicht so schlimm. Oh, nochmal ein Superball. Geil. Ähm, Steine wären nicht so schlimm. Aber das andere wäre halt... Kack. Was ist denn hier oben? Zwei Etagen? Ist ja der Wahnsinn. Bist du für mich da? Hallo, änderst du dich? Ah, guck mal hier. Wenn du mir jetzt 30 verschiedene Punkte... Was? Detektor. Bei 30... Mal schauen, du hast 40 verschiedene Punkte. Ja. Ist ja gut. So viele habe ich noch nicht. Ist doch... Woher denn nehmen wir nicht schälen? Bin ich in einem Daslock-Challenge? Das geht nicht so einfach. Hier könnte ich jetzt... Ich habe die Poké-Flüte noch nicht. I don't have a Poké-Flute. Ha! Okay. Dann würde ich sagen, liebe Freunde. Haben wir uns hier soweit erstmal umsonst durchgekämpft, vermutlich. Hätte man später machen können. Ich weiß es nicht. Ähm... Wir werden uns auf jeden Fall beim nächsten Mal hoffentlich wiedersehen. Wenn es wieder heißt, Pokémännchen-Alarm. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.